Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freund des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mal wieder mit einem Hersteller, über den wir noch nicht auf diesem Kanal gesprochen haben. Und zwar ist das Vatos. Vatos benutzt meine Recherche nach Sembo-Blocksteine. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was hier abgeliefert wird. Und zwar haben wir hier die Vatos Nummer 5071. 786 Teile hat das Set. Und es sind diese vier kleinen Rennwagen. Eine offizielle Lizenz haben wir in dem Fall wieder nicht. Aber ich denke uns ist allen klar, das hier soll ein DTM Alfa Romeo darstellen. Das einen Mazda 787B. Hier haben wir einen Nissan Skyline GT-R in der Carlsonic Livery. Und hier einen Mercedes-AMG GT3 in der Petronas Black Livery. Das sieht man auch an den Sponsoren, die natürlich nicht mit dem echten Namen genannt werden. Aber eben mit einem, der doch sehr ähnlich ist. Ich habe dieses Set selber auf Amazon gekauft. Und dort habe ich es für 19,99 Euro bekommen. Momentan kostet es 25 Euro. Aber der Rabatt von 19,99 Euro ist immer mal dabei. Und das sagt schon einiges aus. Denn selbst bei den 25 Euro, die es jetzt kostet, bekommen wir dafür einen Speed Champion von Lego. Oder eben dieses Set mit vier Fahrzeugen. Aber jetzt müssen wir natürlich auch schauen, ob diese Fahrzeuge was taugen. Und dafür ist ja diese Review da. Die Box hat keine besonders großen Überraschungen mehr. Zeigt immer aus verschiedenen Winkeln die Fahrzeuge. Und ist in diesem dunklen Nacht-Regenrennen-Look gemacht. Mit den Blitzen finde ich super cool gestaltet. Aber wir können natürlich viel über die Box quatschen. Wichtig ist, was drin ist. Und dementsprechend mache ich das Ganze jetzt mal auf. Und wir schauen uns zusammen die Teile und die Anleitung an. Sehr schön ist, wir können das Ganze hier zerstörungsfrei öffnen. Und eben auch wieder schließen. Und auf frischender Anblick. Wir haben hier keine Mogelpackung. Das Ding ist wirklich komplett voll. Und dieser Anblick wird jetzt vielen Leuten bekannt vorkommen. Denn diese Anleitungen mit dieser N-O und die Nummer dahinter Beschriftung, die kann man auch aus China direkt importieren. Und hier sind eben verschiedene von diesen Nummern in der Nummer 5071 zusammengefasst. Aber vielleicht könnt ihr euch ja noch an den Sembo Toyota GT1 erinnern. Oder Hans Mazda, den ich ja auch schon mal hier vorgestellt habe. Das sind genau diese Anleitungen, wie man sie auch bekommt, wenn wir das einzeln bestellen. Ich mache jetzt einfach mal, weil es die niedrigste Nummer ist, die 71 auf. Das sieht farbmäßig sehr nach dem Nissan Skyline mit der Kylsonic Livery aus. Wir haben eine Plaste-Umtüte. Die Anleitung und der Stickerbogen ist in Plastik. Und die Teile sind in Plastik. Ist natürlich sehr viel Plastik. Auf den ersten Blick sehen die Teile sehr gut aus. Aber da reden wir wie immer während des Baus drüber. So, jetzt mache ich mal noch diese Tüte auf. Der Stickerbogen ist natürlich ganz, ganz schlimm. Ich werde ihn aber trotzdem mal aufkleben. Denn ich habe in den Kommentaren hin und wieder gelesen, ihr mögt die Sticker zumindest bei Rennwagen. Weil diese ja auch foliert sind und das nicht lackiert wurde. Dann schauen wir uns zumindest an, wie ist die Stickerqualität und sind sie farbtreu und so weiter und so fort. Deshalb werde ich sie hier mal mit aufkleben. Und das ist wirklich genau diese Anleitung, wie wir sie schon kennen. Diese Auffaltanleitungen haben eine gute Papierqualität, muss man sagen. Ist aber eben kein Heft, sondern eine Auffaltanleitung. Ein Heft wäre schöner. Aber zu dem, was ich aus den China-Direktimporten kenne, hat sich bei der Anleitung die Druckqualität verbessert. Also das ist alles kräftiger und man kann es sehr gut erkennen. Insgesamt haben wir 24 Bauschritte und am Ende kommt dieses Fahrzeug dabei raus. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es sich danach bauen lässt. Ich bin aber auf jeden Fall sehr gespannt, ob hier auch teilequalitätsmäßig das kommt, was ich erwarte. Und dementsprechend fange ich jetzt schon mal an zu bauen und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen Nissan Skyline GTR wieder. Und fertig ist auch schon unser Nissan Skyline GTR 32 in der Carlsonic Lackierung. Und ich muss sagen, als Einstieg hat das richtig Spaß gemacht. Ich meine, das Ergebnis ist doch wirklich schnuckelig geworden. Ja, es ist der 6-Nobben-Maßstab und nicht der 8-Nobben-Maßstab. Aber auch dort kann man gute Wagen darstellen. Die Sticker sind natürlich extrem, aber hierbei handelt es sich klar um ein Spielset und sie wurden auch nie versteckt. Also man kann direkt auf der Seite sehen, dass diese Sticker eben dabei sind. Dementsprechend kein Kritikpunkt. Das Ganze ist eben ohne Lizenz, aber trotzdem, wenn man das echte Vorbild kennt und an was dieses Fahrzeug eben stark angelehnt ist, dann ist das sehr gut getroffen worden und ich hatte wirklich Spaß damit. Das Einzige, was ich an den Stickern schäbig finde, ist der Sticker hier über die Scheibe. Der lässt sich nicht gut anbringen und man hätte wenigstens das drucken können. Was er auf jeden Fall gut macht, ist Rollen. Dementsprechend ist das Ganze auch bespielbar. Andere Features haben wir nicht dabei, wird sich bei den anderen wahrscheinlich auch nicht ändern. Die Anleitung war auf jeden Fall eindeutig, da gab es überhaupt keine Probleme und die Steinequalität ist sehr gut, wie wir das ja auch schon von Sembo gewöhnt sind. Ich bin auf jeden Fall jetzt noch viel gespannter auf das Set. Also der Nissan Skyline GTR32 mit der Carlsonic Livery hat ja auf jeden Fall schon mal einen ganz interessanten Start ergeben. Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit und fangen mit dem nächsten an. Und zwar sollte das hier der DTM Alfa Romeo sein. Auch bei diesem haben wir hier wieder die Teile-Tüten. Ich denke, die werden qualitativ ähnlich wie die vom Nissan sein und damit richtig, richtig gut. Und wir haben hier wieder einen riesigen Stickerbogen. Naja, wir kennen das Ganze, wir haben schon drüber gesprochen. Und die Anleitung, die ist genau im selben Stil wie die andere Anleitung. Dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen, damit wir uns dann den fertigen DTM Alfa Romeo anschauen können. Und fertig ist auch schon der DTM Alfa Romeo. Hier war die Anleitung auch verständlich, man konnte danach bauen. Aber es gab so ein paar einzelne Stellen, wo man einfach die Perspektive besser hätte wählen können. Ich blende euch hier mal ein Bild ein und ihr ratet mal bitte, welches Teil dort bei dem H&B-Sticker dargestellt wird. Und jeder, der gesagt hat, dass es sich hier um einen Slope handelt, der eben mit dem Sticker beklebt wird, und so einen Slope, der vorne die Ecke hat, der hatte recht. Alle anderen stimmen mir, denke ich, zu, dass die Darstellung hier sehr unglücklich gewählt war. Ansonsten war das Ganze zwischendurch eigentlich genauso aufgebaut, wie wir das auch schon beim Nissan hatten. Wir bauen dieses Grundgestell und das Ganze verkleiden wir dann ein wenig anders als beim Nissan. So bekommt er auch eine eigene Charakteristik. Und ich finde, der hat für seine 6-Noppen-Breite auf jeden Fall auch seine Schokoladenseiten. Es sind natürlich alle Sticker, dass diese Sticker so schlecht aufgeklebt sind. Und dafür kann der Hersteller nichts, obwohl er hätte es auch printen können. Aber egal, wir lassen das Thema an der Stelle. Denn hier wurde ganz klar auch auf der Webseite gezeigt, dass Sticker sind, dementsprechend kein Problem damit. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich finde hier eigentlich alle Übergänge, die Scheiben, wirklich sehr schön. Und die Spoiler-Konstruktion ist durchaus gewagt. Ich dachte erst, es wird wackelig, aber es hält ziemlich gut zusammen. Und hier drin sind Teile verbaut. Die habe ich so in Speed Champions noch nicht gesehen. Ich fand die ganz interessant und blende euch dementsprechend auch mal ein Bild davon ein. Und wie gesagt, dafür, dass es keine Lizenz hat, finde ich, dass hier wirklich so ein Alfa Romeo DTM-Wagen sehr gut getroffen wurde. Genauso wie der Skyline rollt er sehr gut. Das heißt, wir haben hier einen gewissen Spielwert. Was natürlich cool ist, weil man hier auch gleich vier Autos auf einmal bekommt. Im Gegensatz zum Nissan haben wir hier nur einen Felgenträger und damit nur einen Satz Felgen. Beim Nissan hatten wir ja zwei. Was aber beim Nissan sehr ähnlich war, waren die Ersatzteile. Und zwar einmal so ein Pin auf Achse, der für die Räder verwendet wird. Und dann haben wir noch eine Einmal-Einer-Plate. So ein Ersatzteil für den Spoiler. Und wie wir das auch von den Speed Champions kennen, natürlich den obligatorischen Schraubenschlüssel. Also zwei von den vier Autos haben bisher wirklich überzeugt, im Vergleich, wenn man den Preis dazu sieht. Ich hoffe natürlich, dass es auch jetzt hier beim Mazda so weitergeht. Ich denke, die Anleitung muss ich nicht nochmal einzeln zeigen, wie beim Nissan und eben jetzt dem Alfa Romeo. Ich meine, das ist immer dasselbe. Außer es fällt jetzt beim Bau irgendwas sehr Wichtiges auf. Und damit ist auch der Mazda 787B fertig. Und damit das Fahrzeug, das ich rein von der Verpackung als am schwächsten eingestuft habe. Damit sollte ich wahrscheinlich auch recht behalten, je nachdem, was noch bei dem AMG dann rauskommt. Aber ich möchte euch erstmal erklären, wieso ich das schon auf der Verpackung so eingestuft habe. Vorneweg muss ich sagen, das Farbschema und die Sticker passen natürlich sehr gut zum Original. Aber wer den 787B kennt, weiß, dass der proportional hier überhaupt nicht stimmt. Denn der 787B müsste viel flacher sein und auch ein Stück breiter als diese sechs Noppen, wenn er so dargestellt wird. Und dafür kann der Designer gar nichts, weil hier sind wirklich interessante Kniffe, um diese Optik zu erschaffen. Zum Beispiel die Frontspoilerlippe ist hier sehr massiv gebaut und eben nach vorn, damit es so aussieht, als wäre er ein Stückchen flacher. Genauso wie der Heckdiffusor und der Spoiler da ein wenig nach hinten gesetzt wurde. Das soll alles der Optik dienen, dass er eben ein Stückchen flacher wird. Und da muss man einfach sagen, die Designer haben hier alles dafür getan, damit es am Ende dem 787B entspricht. Aber man kann den 787B meiner Meinung nach einfach nicht gut in dem sechs Noppen Speed Champions Maßstab umsetzen. Acht Noppen hätten hier schon ein bisschen weiter geholfen, aber auch dann wäre es mit den Proportionen schon schwierig gewesen. Wie gesagt, der Designer hat hier alles rausgeholt, aber der kann eben auch nicht zaubern. Interessant ist, in diesem Fahrzeug sind bedruckte Teile. Einmal haben wir bei den Frontscheinwerfern Drucke, einen winzigen Druck an der Seite. Ob es den jetzt unbedingt gebraucht hätte, wenn alles andere Sticker sind, darüber lässt sich streiten. Da hätte ich mich mehr darüber gefreut, wenn die ein oder anderen Sponsorenaufkleber, eben keine Aufkleber wären, sondern Prints, und die Scheibe hier ist bedruckt. Das sieht man leider aber auch sehr, sehr eindeutig, weil sie farblich doch sehr vom Rest des Fahrzeuges abweicht. Weil der Druck einfach viel zu blass ist. Aber immerhin, das ist die wahrscheinlich einzige bedruckte Scheibe in diesem ganzen Set. Bei den anderen Scheiben sind es ja alles Aufkleber gewesen. Zu diesem Set haben wir auch wieder zwei Felgenträger. Einmal mit diesen sehr grobmaschigen Felgen und einmal mit diesen feinmaschigeren. Wie bei den anderen auch ein Pin in Achsaufnahme und der für Speed Champions obligatorische Schraubenschlüssel. Von dem Pin und dem Schraubenschlüssel haben sie sich bisher alle geähmelt. Ich bin jetzt auf jeden Fall noch gespannt, was aus diesem AMG Petronas hier wird. Und dann sehen wir uns gleich mit allen vier Fahrzeugen wieder. Und damit ist auch der Mercedes-AMG GT3 in der Petronas Lackierung fertig. Ich möchte jetzt gar nicht mal so sehr einzeln auf ihn eingehen. Da würde ich mich sehr viel wiederholen. Nur zum Bau möchte ich etwas sagen. Denn das war vom Bau das beste Fahrzeug. Hier waren ein paar schöne Techniken dabei, wo mal ein paar Chumperblades interessant eingesetzt wurden. Oder eben auch Baurichtungsumkehrer interessant eingesetzt wurden. Das hat das Rad natürlich nicht neu erfunden. Das ist nichts weltbewegendes. Aber es hat diesen Bau hier vom Petronas auf jeden Fall zum spaßigsten gemacht. Vom Aussehen finde ich ihn auch wirklich gelungen. Das einzige, was mir hier nicht so wirklich gefällt, ist die Darstellung des Diffusors. Und der Übergang von der Motorhaube zur Frontstoßstange. Der ist mir hier doch zu kantig und mit zu großen Spalten. Das haben die anderen meines Erachtens auf jeden Fall besser hinbekommen. Ich habe die Fahrzeuge jetzt mal so angeordnet, wie ich sie ranken würde. Platz 1, Platz 2, Platz 3, Platz 4. Das hängt einfach damit zusammen. Erst für mich das beste Gesamtpaket. Der Bau war spaßig und vom Aussehen richtig, richtig gut. Der hier hat vom Aussehen kleine Defizite. Die habe ich ja gerade erwähnt. Aber das war der spaßigste Bau. Der hier war vom Bau relativ eintönig und fad. Da waren nicht so viele spannende Sachen dabei. Auch vom Aussehen ist er auch richtig gut. Ich würde fast sagen, die könnten sich Platz 2 auch teilen. Und ein bisschen abgeschlagen ist der Mazda hier. Das ist zwar der einzige, bei dem Prints drin sind. Aber der Bau war nichts super Besonderes. Und ich finde einfach, dass sich der Mazda 787B nicht so wirklich gut in das Set eingliedert. Einmal vom Fahrzeugtyp. Und dass eben auch das Vorbild nicht unbedingt für die 6 Noppen Speed Champions Maßstab geeignet ist. Und ich denke dann immer, ehe man es ein bisschen stümperhaft umsetzt, sollte man es nicht umsetzen. Obwohl auch die Umsetzung bestimmt ihre Fans finden wird. Ein, was ist bei diesem Set aber absolut unstrittig. Und zwar, dass das preis-leistungsmäßig meiner Meinung nach eine Bombe ist, wenn ihr mit den Stickern klarkommt. Die Autos haben alle auf ihre Art irgendetwas. Sie rollen alle gut und sind dementsprechend bespielbar. Wenn wir jetzt von Lego, vom originalen Speed Champions, 2 Fahrzeuge kaufen, um ein Rennen zu fahren, dann sind wir laut UVP schon bei 50 Euro. Das bezahlen wir bei denen, auch wenn sie jetzt im, sag ich mal, alten Speed Champions Maßstab und damit den 6 Noppen sind, für 4 Fahrzeuge. Und damit lässt sich ein richtig gutes Rennen fahren. Und auch wenn hier keine Lizenzen dabei sind, sind hier richtig coole originale Vorbilder gewählt worden. Und ja, natürlich kosten Lizenzen irgendwo extra. Aber das erklärt bei weitem keinen Preisunterschied, dass man für diese 4 Fahrzeuge im Normalfall einen Lego Speed Champion bekommen würde. Und auch wenn man den 6 Noppen Maßstab rausnimmt, sind wir in der Teileanzahl hier immer noch bei 3 Speed Champions. Und da wären wir bei 75 Euro in Lego Preisen. Und Lego hat genau diese Aufkleber. Sie hätten vielleicht noch 1, 2 Details geprintet, aber auch nichts weltbewegendes. Und dementsprechend ist dieser Preisunterschied für mich einfach nicht erklärbar. Das Ganze hier finde ich preisgünstig. Die 25 Euro im Angebot, auch 20 Euro, kann sich eigentlich fast jeder leisten. Und hier hat man wirklich viel zu bauen und auch zu spielen. Man hat die 4 einzelnen Fahrzeuge, man kann sich das gut vom Bauen her an verschiedene Tage aufteilen. Und das hat vielleicht einen Spielwert für Kinder. So ein echter Speed Champion ist natürlich auch cool, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber der hat einen Spielwert auch nicht mehr als die Fahrzeuge. Natürlich ist es cooler, wenn man auch statt einer Auffaltanleitung eine Anleitung als Heft hat. Aber auch nach der Auffaltanleitung lässt es sich gut bauen. Und dann habe ich lieber hier so einen Preis-Leistungssieger als ein zwar lizenziertes Fahrzeug, was ich dann aber für überteuert finde. Und dementsprechend gibt es für mich zu diesem Set auch nur ein Fazit. Und zwar eine klare Kaufempfehlung. Weil man kann damit super viel Spaß haben. Das Ganze wird legal in Deutschland vertrieben. Man kann es über Amazon kaufen. Hat dort nicht die Probleme, wie dass man, wenn man es direkt von AliExpress aus China bestellt, keine Originalverpackung hat und keinen richtigen Ansprechpartner. Nein, hier läuft Amazon dahinter. Wenn ihr hiermit ein Problem habt, wendet euch an Amazon. Ihr kriegt euer Geld zurück. Ihr habt hier eine Originalverpackung und eben dazu für einen echt fairen Preis eine Menge Spaß. Ich wusste am Anfang nicht, was ich von diesem Vatos-Set bzw. wenn man so ein bisschen nachforscht, Sembo-Set halten sollte. Aber ich finde die Idee, diese einzelnen kleinen Sembo-Sets in einem Pack zu vertreiben, richtig cool. Und das ist hier sehr gut gelungen. Also, wie gesagt, von mir gibt es hier eine richtig fette Kaufempfehlung. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick. 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 Vielen Dank.